CODiCo – We develop solutions to enable your future products. CODiCo steht für den Design in Vertrieb hochwertiger elektronischer Bauelemente und Systeme. Unser Produktportfolio umfasst aktive und passive Bauelemente sowie Produkte der Verbindungstechnik. Unser Kerngeschäft besteht neben kompetenzübergreifendem Projektmanagement in der technischen Unterstützung und Beratung von der ersten Idee bis zum Endprodukt und das weit über die Produktbestellung hinaus. Denn durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Herstellern haben wir Einsicht in die Technologien der Zukunft. Diesen Vorsprung geben wir gerne an unsere Kunden weiter. In unseren 43 Büros in zwölf Ländern beschäftigen wir MitarbeiterInnen aus 18 verschiedenen Nationen. Neben dem Hauptsitz im Perchdolzdorf verfügt CODiCo über Produktkompetenzzentren in Deutschland, Italien und Schweden. Somit können wir unsere Kunden in allen europäischen Ländern erreichen und überall den gleichen hohen Qualitätsstandard bieten. Bei uns steht die Applikation immer im Mittelpunkt. Dazu garantieren kurze Kommunikationswege eine rasche, kompetente und persönliche Betreuung. Wir behalten Preise, Verfügbarkeiten und Entwicklungen für unsere Kunden im Blick. Von der Warenannahme bis zum Versand bietet das elektronisch unterstützte, automatisierte State-of-the-Art Lager Professionalität auf höchstem Niveau. CODiCo ist Spezialist für präzise, termingerechte Lieferungen durch optimierte, kundenspezifisch gestaltbare Logistikkonzepte. Nicht nur hinsichtlich unserer Beratungs- und Vertriebskompetenz gehen wir mit der Zeit. Auch mit unseren Mitarbeitern bleiben wir stets dynamisch. Unser Headquarter bietet unseren MitarbeiterInnen neben einem hochmodernen Bürogebäude und attraktiven Arbeitsplätzen einen großzügigen Freizeitpark für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Wir holen das Büro in den Garten, erhöhen die Motivation zur Bewegung und bieten einen Ort der Ruhe. Unser Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere. All das spiegelt die Werte unseres Familienunternehmens wieder. Qualität und soziale Verantwortung stehen bei uns an erster Stelle. Wir übernehmen Verantwortung für unser Denken und Handeln – und das in der Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern, Kunden, Herstellern und Lieferanten – nach den Grundwerten einer Familie. CODECO we develop solutions to enable your future products. CODECO